So, das ist die Annika. Die Annika macht von oben die totale für euch und das ist Nadine. Nadine sieht man gar nicht, weil die hier in der Sonne steht. Mich muss man auch nicht sehen. Ne? Okay. Chrissy hier, der macht die Ergebnisse für euch. Und das bin ich. Ich mache nicht nur das Video, sondern auch den Schnitt für die anderen Sachen. Und da bekommt ihr den Ton. Da sitzen wir. Das ist der ehemalige Kuchen-Essende Jürgen Albrecht. Und der Nico schreibt die Berichte für euch. Manchmal jedenfalls. Was? Ja, Nico. Du bist im Fernsehen. Und da steht die zweite Kamera. Das steht normalerweise Nadine. Und so sieht die Technik aus. Mit dem hier zeichnen wir auf. Das ist hier unser Ergebnis-Client, wie das so schön heißt. Hier haben wir die verschiedenen Kameras drauf. Und damit wird geswitcht. Das ist der Jan. Jan macht den Live-Ticker bei Twitter für euch. Das ist Finn. Unser Stadionsprecher. Der die ganzen Interviews macht. So, und das ist Erik. Der macht für euch die Musik. Auch wenn er hier gerade am Kuchen-Stand, ne, am Krebs-Stand ist. Mmh, lecker. Und das ist Markus. Der hat hier den ganzen Tag noch nichts gemacht außer rum sitzen. Oh, hier haben wir Power noch. Der Mann mit der schönen Haar-Frisur, der macht für euch die Fotos hier. Und Michael, unser Chef für die Internetseite. Mal gucken, was er da auf seinem Monitor hat. Wow. Ja, und dann haben wir hier noch unsere österreichische Gäste. Irgendwer muss die Plätze ja auch voll machen. Könnt ihr fake? Klar. So, der erste Versuch war nicht so. Wollte vor allen Dingen sie nicht. Das ist jetzt auch nicht besser geworden. Aber, das ist der Sönke. Sönke macht morgen die Moderation für uns. Einfach weil er der Geilste ist und weil er es kann. Deshalb, Sönke, morgen ist Vollgas angesagt, ne? Ja, ne, heute Abend auch schon. Äh, ne. Ne, heute ist 10 Uhr, ne? Wie spät ist denn das eigentlich? Ja, ne, ich guck mal hin. Ja? Ja, 10 Uhr. Du musst ins Bett. Du musst ins Bett. Tagebisch! Nein.